Hallo und Herzlich Willkommen zu Zufallsgefechten in World of Warships mit Yeshio. Viel Spaß beim Zuschauen. So weiter geht's. Jetzt werden wir wieder ein bisschen mutiger. Gucken was so dabei rauskommt. So, Zufallskarte, Rufelingen Karte. Ich wollte gerade schon auf Schlanker verlassen klicken. So, jetzt so ein schönes Gefecht. Hilfschaden, hilfversenken. So. An das 14. Morgen. Oh, eine. Greenchat hat sich wieder aufgehängt. Oh, Wunder. Doch, jetzt. Heute wieder. Hm. So, die Teammitglieder. Was haben wir denn? Ein Flugzeugträger, zwei Schlachtschiffe. Kein Zerstörer. Sehr. Äh, warte mal. Gut, es gibt zwar ein paar Torpedoschleudern, aber... Da das Kreuzer sind... Da das Kreuzer sind... Sind die nicht ganz so... Sind sie jetzt mal... Agil mit ihren Torpedos. Uh. Es... 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 Ja, Moin. Tschüss. Was haben wir denn? Wir haben noch gar nicht geguckt. Gucken, wo die alle hin heizen. B und A, ok. Das klingt nach einem Plan. Die ersten sind schon auf dem Weg nach C. Die ersten sind schon auf dem Weg nach C. Genau auf die Lücke da zielen. Hmmmm. Den scheint ein bisschen was los zu sein. 25, 25, 24, 23. Ah, unser Flugzeug deckt alles auf. Das ist gut. Uiuiui. Okay, die scheinen sich auch... ...einen sich auf B zu konzentrieren. ...einen sich auf B zu konzentrieren. ...einen sich auf B zu konzentrieren. Zwölf... ...zwanzig... ...mal in Position bringen. ...einer taucht noch nicht auf. ...einer... ...vorsuchen wir das doch mal. ...mal gucken. Vielleicht mache ich ja damit tatsächlich mehr Schaden. Ich glaube da zwar noch nicht so ganz dran, aber... ...das muss ja auch nichts heißen. Aber weil ich nicht dran glaube, heisst das ja nicht, dass es nicht so ist. ...hahaha... ...hahaha... ...so. Gut, treffen muss man natürlich auch noch. ...haha... 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 Der ist sehr langsam und auf Rückwärtskurs, 15 Kilometer und dann müsste das sitzen. Nachladen, los, gib alles. Auf den Kreuzer geschielt und das Schlagschiff getroffen. Super. Jetzt machen wir erstmal einen Weg. Das Gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Immer locker bleiben. So, der ist schonmal weg. Hat ich zwar nicht viel mit zu tun, aber das macht nichts. So. Irgendwas feuert da auf mich. Freut sich. Da wollen wir mal antworten, ne? Wenn er schon fragt. Wenn er schon eine Anfrage stellt hier dann. Ui. Das waren Torpedos. Daneben. 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 Insel. Und da hinten ist noch ordentlich bei dem Gefecht. Ist ja gut. Was außer Sicht hier. Außer Sicht. Außer Reichweite. Man. 16,4. Drei. Ne. Ich lass gleich nur selber ab. 16. Doch. Man muss sich damit unterhalten. Hm. 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 Und der ist auch weg. Dann drehen wir mal bei. Das daneben. Das ist okay. Okay. Schlicht dieselbe Taktik an wie ich gerade. Er versteckt sich hinter der Insel und will von da aus schön drauf ballern. Aber er sieht mich nicht mehr an. Hm. Invisible. Und hat Besuch von den Torpedoflugzeugen. Das ist okay. 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 Gegner mit dem Kreuzer gesichtet. na gut warum nicht hat sie am rumpf alle frisch lackiert die hütte insel versenkt keine ernst oder so da bin ich schon mal so ein bisschen außer sicht so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit dürfte er sein Schicksal besiegelt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, irgendwie verliert man da so ein bisschen das Gefühl für die Entfernung. Und wenn man da nicht auf die Zahlen guckt, die da drüber stehen, dann trifft man natürlich Das ist auf der Stelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, du kommst gleich dran. Als nächstes Seh schon mal Geschichte So, jetzt brauchen wir den da. Warum denn da rum? Eine 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 So, jetzt brauchen wir den da. So, jetzt lauter. Dann Lauter. Komm! 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 Oh daneben. So ein bisschen zu denken gibt es der Flugzeugträger der da noch über ist. Wenn der einigermaßen seinen Job macht, dann geht es hier gleich eng. Puh, ok, das war sowieso verloren. Aufgrund der Punkte natürlich. Gut. Aber, was sagt denn die Gesamtstatistik? Ist ja immer nur die Frage. Wie hat man sich persönlich geschlagen und zumindest schon mal besser. Gut. Verloren ist eine Sache, Niederlagen sind natürlich immer ein bisschen blöd, aber zumindest diesmal nicht komplett abgelost und ganz im Nirvana der besten Liste ganz unten. So, dann gucken wir doch mal. Wir versuchen mal unser Glück. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Supercontainer. Wie geil ist das denn? Okay. Das ist cool. Hier Platz zur Servierung für Captains. Wenn ich da mal irgendwann meine Admirele fertig habe, kann ich die schön durchwechseln. Cool. Sehr cool. Doch. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Team gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und Like für die YouTube Videos und Abo für den Kanal. Bis dann macht's Mut. Bye Bye.